Liebe Martina Gedeck, herzlichen Glückwunsch, Hand aufs Herz. Hat Ihnen heute die weibliche Intuition zugeflüstert, dass Sie siegen würden? Oder war es die totale Überraschung? Ich war schon sehr überrascht, muss ich gestehen. Also ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, da ja auch einige Kolleginnen nominiert waren, die herausragend sind. Und ja, trotzdem, ich meine, ich bin natürlich überwältigt vor Freude. Das muss ich schon sagen. Ich finde das ganz großartig, ausgerechnet bei der 50. den Preis zu kriegen. Wofür würden Sie die Kamera wieder abgeben? Was kann ich Ihnen anbieten? Jetzt erst mal gar nichts. Jetzt will ich sie erst mal behalten und mit nach Hause nehmen. Ihr Repertoire ist breit und unglaublich und tief. Doch was wäre Ihre absolute größte Traumrolle in diesem Leben, falls es überhaupt eine gibt? Ja, also ich würde gerne mal eine richtige tolle Theaterrolle spielen und zwar King Lear. Ich würde auch gerne den Tasso spielen. Ich finde, es gibt so viele tolle Männerrollen und ich würde die gerne mal alle spielen, weil die Frauenrollen, finde ich alle so ein bisschen, ja, meistens sind sie nicht ganz so ausgeprägt. Aber das sind so richtig tolle, tolle Sachen, die ich gerne mal spielen würde, was wahrscheinlich nie gehen wird. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Kommen Sie gut durch die Nacht. Ja, danke, das werde ich.